Für jede Beleuchtungsanwendung gibt es eine bedarfsgerechte Lösung. Schauen wir uns heute an, was in der Bürobeleuchtung zu beachten ist. Hier gibt es oft viel Tageslicht. Ich muss Bildschirmarbeitsplätze beleuchten und entsprechende Regulierungen und Normen erfüllen. Es ist für eine homogene Ausleuchtung zu sorgen, da gerade im Büro Flexibilität in der Beleuchtung gegeben sein muss, um moderne Arbeitsplatzkonzepte zu unterstützen. Die Brenndauern belaufen sich hier auf circa 14 Stunden pro Tag an fünf Tagen die Woche und ich muss über 500 Lux in die Anwendung bringen, da dies für Bildschirmarbeitsplätze gefordert ist. Daher empfehlen wir für diese Anwendung unsere Ultra-Output-LED-Röhren aus den Pro- und Advanced-Segmenten zu verwenden.